Willkommen zu einem neuen Minecraft-Projekt, Minecraft-Leben. Ihr seht hier schon ganz viele Namen. Sagt mal alle Hallo so nach der Reihe am besten. Hallo. Seht was, fang mal an. Hallöchen. Midi. Guten Tag. Hallo. Hallo. Eltern. Hallo. So, sehr gut. Im Prinzip kennt man das auch schon von anderen YouTubern. Minecraft-Leben sollte bekannt sein, halbwegs. Jo, dann würde ich sagen, fang mal an zu bauen hier. Hä, warum bauen? Ich dachte, das wäre jetzt hier irgendwie so ein Sitcom. Wir sitzen noch alle. Hier ist Spawn Protection. Du musst uns mal eine OP geben. Rennt weg. Ich stelle das später um. Nein, gib uns einfach alle eine OP. Das ist so aufwendig. Da gibt es ja die ersten Ausfälle. Oh Gott, einfach mal neben mir explodiert, ey. Am besten holz wir nicht direkt den Wald hier am Spawn ab, ne? Ich würde erstmal ein bisschen weiter weg gehen. Weil hier am Spawn bauen wir direkt, würde ich sagen, auch. Ja, klar. Ach ja? Wenn wir das halt noch wiederfinden. Was, wenn ich woanders bauen möchte? Dann darfst du das nicht. Dann wirst du ausgeschmissen. Pami, wo bist du? Das sage ich dir nicht, du lockst Creeper an. Ich will dich nur alleine bauen. Den Rest trau ich nicht. Ich gehe jetzt eh erstmal farmen, glaube ich. Ich gehe auch gerade schon farmen. Yeah, Achievement. Au. Das Skelett ist voll der Bow Spammer. Bei mir hat der einfach gar keine Pfeile geschossen. Oh, ich habe schon Lava gefunden. Ein Schwein. Ja, ich habe meine Creeper-Explosion ausgemacht. Was, wieso das denn? Nein, lass das an. Nein, dass die gedamaged machen. Also Block-Schaden. Doch, das gehört dazu. Nein, das muss deaktiviert werden. Ich meine, oh. Dann werden wir alle gegenseitig die Häuser kaputt. Ah, verdammt. Oh, ich bin gestorben. Schon direkt in der ersten Folge. Sehr schön, sehr schön. Ja. Okay, halt. Ich renne auch schon von einer Spinne weg. Das ist ja ganz praktisch. Wenn ich hier im Haus zerstören möchte, kann ich einfach Creeper hinlocken und sagen, das ist ein Versehen. Das ist ja gut. Ich habe gar nichts, was wir mit deinem Haus machen können. Hey. Ähm, dafür brauchen wir Sand und Gunpowder. Ah, eine Spinne! Ich habe mir gerade erst mal Fleisch besorgt. Ja, das Essen-Problem hatten wir auch vorhin. Oh, oh, oh. Dann fehlen Zombie-Villager. Quark! Oha, hier sind erstmal 10.000 Millionen Schweine und ein Zombie-Villager. Stirp! Ah, was haben die Leute alle gegen mich, dass sie mich immer anschießen müssen. Was, auf was für einer Version spielen wir eigentlich jetzt? Immer noch diese Misch-Version. Ah, okay. 1.7 bis 1.8. Gut, wo ist es? Bist du überhaupt mal informiert, Alter? Ja, mir hat dir niemand was gesagt. Ja, warum sollten wir? So wie du dich hier übernimmst, weißt du, das ist ja... Hallo, wo leckst du hier? Hallo! Mann, ich bin hier irgendwo im Nirgendwo. Das ist gut. Bis auf, dass hier ganz viele Hühner sind, Schweine... Wir hätten vielleicht am Tag Spaß starten sollen. Ja, eine Idee, ja. Ja, und bei mir ist es jetzt gerade so dunkel, dass mein Aufnahmeprogramm wieder alles verpixelt. Soll ich Tag machen? Nee, nee. Nein, wir schieben nicht. Das ist doch schön, so in der Nacht zu starten. Da kriegen wir zumindest ein paar Fails und sowas. Ja, den ersten Toten haben wir ja schon. Ne, zwei waren schon tot. Ich bin auch verdauben. Ich auch. Bin ich nicht so alleine. Ich bin ja gut verloren, wir verprügelt. Boah, ich glaube schon. Und Elchan ist aber AFK. Elchan ist aber AFK? Ja. Da steht ja doch rum und guckt ein Baum an. Ja, macht sie sonst auch so? Nee, dann ist sie nicht AFK, das ist dabei ihr so normal. Achso. Oh, hier ist ja interessant. Bam. Ich habe jetzt erst eine Werkbank. Ja. Ich habe mir schon ein Schwert und eine Fützsacke gemacht. Ich farm gerade erst mal Stein. Ich farm gerade Eisen. Und ich habe noch nicht mal was zu essen und eine Waffe, aber schon Sonnenblumen. Also, ich habe mir gerade zugekommen. Du kannst von mir was zu essen. Also, ich habe hier mal in meinem Texte-Pack nur zum Beispiel schlüpfen. Oh, mein Ofen ist privat, habe ich gerade gelesen. Ja, klar ist LWC drauf. Ja, deswegen würde ich allen OP geben. Warum? Ja. Ich weiß ja nicht, wo ihr seid. Funktioniert auch mit 10 Modify. Ich finde, sowas wie Chess Protect, das ist so, das muss man trotzdem drauf machen. Das ist ja auch bei normalen drauf. So seiten hier ungefähr. Ich will nicht so weit fahren und ich wegbauen. Am Spawn. Der Creeper macht immer noch keinen Block schauen. Ja, bauen machen wir ja eh am Spawn. Ah, also einfach nur random irgendwo farmen. Genau. Ja, halt so, dass du die Umgebung jetzt nicht unbedingt vollständig zerstörst. Oh, hier sind jede Menge Pferde. Ich brauche einen Sattel. Das erste, was LWC jetzt machen wird, ist ein Dungeon suchen. Nur für die verdammten Pferden. Ohne Schwert, ohne alles, egal. Ja, ohne alles. Durchjumpen, Schnappen. Oh, jetzt würde ich jetzt einen Dungeon finden, da würde es bestimmt Essen drin geben. Oh, wäre das schön. Das wäre schön, das wäre cool. Ah, was ist das? Verdammter Minizombie, der ein Hühnchen reitet. Seht euch, ich kann dir eine Hühne schon bekochen. Ich habe schon Hühnchenfleisch und Eier. Oh, ja. Was war das? Nein, Sky, ich habe vergessen, meine wunderschöne Musik anzumachen. Wie, hast du Hintergrundmusik? Ja, ich lasse nebenbei wieder über so professionell Spotify Musik laufen. Ich habe sie mir extra runtergeladen. Ich nicht. Das sind kompetente Aufnahmen, Leute. Ich will nicht schon wieder sterben, hör auf. Vielleicht sollten wir auch mal ankündigen, dass wir nicht alles aufnehmen, sondern auch mal ein paar Sachen offline machen. Zum Beispiel Farmen oder Haus. Einen gute Hausbau würde ich schon aufnehmen. Ja gut. Aber das Farmen halt. Ist ja nicht so das Spannendste. Ja, wollte ich was sagen. Cool. Es werden hier auch noch einige Leute hinzukommen. Ich weiß nicht, wie viele Leute du jetzt genau auf der Liste hast. Eine Menge. Genug. Jede Menge Leute werden hier mitmachen. Und ihr? Ja genau, du. Du, gerade, die du auf dem Bildschirm guckst und was, was ich machst, ihr hör auf damit. Äh, du kannst auch mitspielen. Ja, der wollte gerade das Video wegklicken. Hier ist Lava über der Höhle. Aber wir sind hier, komm wieder ein Schut einfach. Also immer du raffst. Flo, dann frag dich mal, warum. Hör auf damit. Ah. Stimmt. Hier, wie war das C, das mit deinem Trash-Talk? Ja, komm. Ja, ihr redet doch die ganze Zeit schon genug. Hast du doch angekündigt. Das Thema heute ist... Minikraft. Minikraft? Minikraft. Okay. Minikraft. Minikraft. Bisschen schade, dass die 1A nicht funktionieren. Also nicht so... Uaaaaah! Da war ein Creeper. Oh, oh! Okay. Ja, verzieh dich. Wir können mal drüber gucken, ob wir vielleicht noch updaten können. Aber jetzt am Anfang bleiben wir erstmal bei der Version, damit alles flüssig läuft. Ja, sollte halt 6 sein. Wie viel Eisen habt ihr denn so? Null. Acht. Ich hab 39 schon. Nein! Ich fang jetzt gerade erst an, den Bau runterzubauen. Das klingt voll süß. Nein! Ich bin eine Katze, ich bin eine hübsche Katze. Eine verreckende Katze bist du. Ja, eine Katze, die Kinder kriegt. Bringt du Farb. Hups, 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 hups. Ich weiß, dass ihr ein Dings gebaut habt, wo Lex ja auf dem anderen Seite war, fand ich eigentlich recht schön. Ja. Das ist mittelalter, Haus. Klar, das ist voll hübsch. Ich find das auch voll hübsch, ja. Hast du dünn gebaut, oder nicht? Nein. 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 Eisen, das kann das gar nicht. Ich hab Eisen gefunden. Yay. Wie komm ich denn jetzt hier wieder raus, ist die Hülle? Ich hab kein Holz mehr, um mir Sachen zu craften. Ich hab da, ich seh da hinten, gerade den Namen, ich seh Fami. Nee, das stimmt nicht. Und da unten, ich seh jetzt jeder, was hat. Wo hast du Holz und Milch? Oder ne Werkbank? Ja, aber hier vorne steht auch ne Werkbank, da unten. Ich muss auch meine Helligkeit hochstehen, ich hab gar nix in der Hülle gerade. Warte. Hier, ich mach Anlock auf meine Dinger, dann kannst du da auch ein bisschen futtern. Direkt draußen, Claude. Wir sind doch alle friedefreue Eierkuchen. Wir sind Eierkuchen. Ja, wir sind Eierkuchen. Ja, hi. Wir sind alle Eierkuchen. Alle Eierkuchen. Damit wird geklärt. Ich bin mehr der Kuchen. Ne, ich bin mehr das Ei als der Kuchen. Du bist mehr der Krümel. Das find ich schon wieder echt. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Flur. Zwei Herzen. Hast du überhaupt ne Spitzhacke? Der Krümel braucht Hilfe. Hast du ne Spitzhacke, ne richtige? Räuchte mal lang mal Kohle. Ja, gleich hab ich ne richtige Spitzhacke. Na. Räuchte mal langer Kohle. Kohle hab ich in Massen. Kohle hab ich aus Flos Ofen geklärt. Ich benutze ja auch mal einen Ofen. Ich hab jetzt auch einen Ofen. Schön. Interessiert das irgendwen? Ja. Erzähl's nochmal bitte. Nein. Nicht. Ich bin der Fremdsee. Wir nehmen schon 10 Minuten auf. Für die, die wissen wollen, wie lange sie den Part machen. Ja, ich seh das auch live. Nicht für die, die wissen wollen, wie lange sie zusehen. 10 Minuten 12, ja. Ah! Machen wir das eigentlich mit dem Verlinken? Verlinkt der jeder jeden, oder? Ja, denk ich mal. Ja. Das hat grad passt, ne? Ich find das auch gut, ja. Also wenn die Leute in der Folge vorkommen und so. Aua! Würde ich das machen. Ich find den kalt, alle außer dich fangen hier, das ja kleine. Ja, das, ja. Das geb ich auch gern so zurück, also. Das ist ne durchaus logische Schlussfolgerung. Flo, das ist aber mein Eisen im Ofen. Ja, ja. Ich nehm mir nur ein bisschen was davon. Und da macht's wieder bumm. Der Creeper schaden jetzt eigentlich an, oder aus? Aus. Handy, hör auf zu vibrieren. Handy, hör auf damit! Ich mach ihn später wieder an, aber nicht jetzt. Flo, wenn du Eisen rausgeklaut hast, bring ich dich jetzt um. Mein Handy hat einen Dauerwibring. Du machst echt an? Das ruft niemand an. Was soll der Scheiß? Oh, wie er ablenkt. Ja, ne? Irgendwie schon, ja. Gleich rennt er weg. Pass auf. Ja, der ist schon weggelaufen. Ach so. Ich bekomm wieder. Ich hab sogar noch Kohle reingepackt. Ey, lass meine Öfen! Pisser! Welche Öfen? Meine Kohle! Bring dich um, ich san's dir. Ich nehm jetzt als erstes den Job Verbrecher an und bring dich jetzt erstmal um. Und gib mir meine Öfen wieder. Den hast du selber aufgesammelt. Ja, einen. Ich hatte zwei da stehen. Da, hinter dir. Aua, ich bin gleich tot. Interesse wird geladen. Interesse nicht gefunden. Du bist gemein. Ich deabonniere deinen nicht-abonnierten Kanal. Ich hab dich auch nicht abonniert, weil es unnötig ist, dich zu abonnieren. Ich hab schon fast genauso viele Abonnenten wie du. Ich hab erst neun Sekunden hochgeladen. Wie viele Abonnenten hast du denn? 37. Ah, das ist gut. Mehr als ich hab's. Ja, bei neun Sekunden. Und durch Diamanten verschenken auf Servern. So ist das. Kaufe mir einen Server, ich schenke dir die aus. Äh, ne, abonniere mich. Ich schenke dir die aus. Kaufe mir einen Server, ich schenke dir das. Okay. Das ist gut. Okay, klar. Das ist gut. Ein gutes Angebot. Komm her. Ich hab auch mal Kohle gefunden. Oh, dich. Au. Au. Jetzt geht das noch zu stöhnen. Wir würden da vergewaltigt. Das Skelettverver gewaltigt mich. Oh, Pilze sind super. Ich, bei mir sind mega viele Riesenpilze. Oh ja, Riesenpilze. Ein Stück oder so? Das ist doch toll. Das freut doch den. Das ist doch toll. Ich fände das super. Das ist viel zu super. Das ist viel zu toll. Ja. Ja. Ich schuze jetzt bitte mal ein, dass wir haben Spawn bauen können, weil ich gehe gleich zum Spawn. Naja, das mache ich gleich. Das kannst du farm noch circa fünf Minuten weiter, dann passt das. Ja, dann bist du offline, du Bob. Ne, mach mal jetzt, bevor du offline gehst. Dann müsste ich aber den Server reloaden und alles. Du kannst es einfach OP geben, solange, wenn du da nicht da bist. Ich kann es ja sofort machen, aber ich möchte mich jetzt nicht in die Höhle hier reinstellen. Okay, okay, ich mache es ja schon. Gib mal ein bisschen Gas, Flo. Ich will am Spawn bauen. Okay, okay. Er ist bestimmt noch im Arsch der Welt, weißt du. Ich bin in irgendeiner dreckigen Höhle drin. Ich bin irgendwo. Irgendwie sind es glaube ich alle gerade in der erdreckigen Höhle. Ich bin irgendwo. Ich habe sehr... Minecraft hier, ne? Ich habe einfach keinen Plan, wo ich bin. Ich glaube, dass ich jetzt langsam Kohle habe und Eisen machen kann. Serverware geht gerade nicht, obwohl wir drauf spielen. Natürlich sehr oft. Wie, wir spielen auch einen Server? Ne. Hustest du das nicht selber? Achso, ich weiß. Nee, weil ich gerade im Singleplayer bin, der so hing. Spielen alle mit dir in deinem Singleplayer. Larnparty. Guten alten Larnpartys. So, da stellt euch mal alle irgendwie an eine Safety-Platz. Mach ich kurz einen Reload. Ja, ich bin... Oh, ich kann kein Reload machen. Ich... Okay, warte. Aber da ist schon eine dramatische Pause drin. Ja. Gleich kommt das Complete-Zeichen. Ach, ja. Jetzt soll alles complete sein, aber wir sehen es noch nicht. Jetzt kann es am Spawn bauen. Es existiert keine Spawn-Protection mehr. Nice. Nice. Dein Ernst. Was ist los? Oh. Das war krass. Ich habe den Elefanten gehört. Begleit. Der wohnt bei mir in der Wohnstube. Ah ja, cool. Ich kann mir auch was bauen. Jetzt brauche ich aber... Wo habe ich denn meinen Ofen? Warum werde ich immer attackt hier, Alter? Was mache ich denn? Welche Schwierigkeitsstufe hast du denn eingestellt? Eins. Hardcore. Easy. Oh, nicht easy. Wirklich? Easy. Das stellen wir noch um, aber... Ja, wir ver... Wir sind jetzt schon verreckt, Leute. Verrachtig. Du, die Noobies sind bisher verreckt. Ja, du. Ey. Ich habe mich gleich am Anfang getötet. Ja, ich habe mich getötet, das ist was anderes. Ja, jetzt kommen wieder die faule Ausreden. Pilzsuppe kannst du machen. Hechtsuppe. Pilzsuppe machen? Ja, ich habe Pilzsuppe gemacht. Aber nur eine für mich. Geht weg. Guck mir die so gierig an. Ich habe 15 Pilze. Boah. Ich habe gar nichts zu essen. Boah. Können wir zwei Gehörner geben? Boah. Boah. Ich glaube, du nimmst das lieber selber für dich. Was ist los? Ich mag keine Höhlen. Will ihr raus? Ist von euch das schon jemand am Spawn? Die Höhlen mögen dich auch nicht. Nö. Da, wo die Bank ist? Ja. Ja, ich bin in der Nähe. Nein, 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 nein. Was für eine Bank? Johnny baut doch die Bank, aber in der ganz anderen Welt. Auf einem ganz anderen Server. Ja, auf einem ganz anderen Server. Wir sind bei 17 Minuten angelangt. Oh. Okay. Alter, wie viele Zombies hier sind? Das sind wir nochmal. Ja, jetzt verhungere ich, glaube ich. Ah, ich kann hier bauen. Ich merke schon. Schau mal an. Ich habe noch einen Apfel. Warum brauchst du das Erde? Ich glaube, das ist total... Ich glaube, das ist total... Ich bin in der Nacht, jetzt zeug dich mir mal. Total unsinnig hier. Ich habe nur eine Hungerkeule. Elchan hat auch mal ihre Werkbank gebaut. Na endlich. So, mein Haus steht. Da war ein Creeper explodiert. Ich setze noch eine Fackel rein. Und ein Fenster hier. Da ist ein Schwein! Da sind ganz viele Schweine. Kann sein, dass du da mal nur bist. Wie lange macht ihr? Was ist los? Das Pferd. Ich habe nach unten gebaut. Wollte Steinen abbauen. Was sehe ich da? Genau unter mir ist Lava. Deswegen baut man auch nicht gerade nach unten. Weißt du das etwa nicht? Ich bin zwar zwei Blöcke nach unten gebaut. Ah, geh weg! Fami, war das bei dir? Ja, aber ich habe keinen Schaden bekommen, weil das Dings aus ist. Hi, Fami! Hi, Fami! Na, du? Hm? Oh, jetzt die ja Fami! Willst du mit mir nackt baden gehen? Okay... Lass mich in Ruhe! Wehe, du fassst meine Fami an! Sag's dir! Ich will nicht sterben. Hast du jetzt erst Holz bekommen? Wie hast du denn vorher das Bitsacke gehabt, dieses alles? Ähm... Wer denn? Bin! Seht aus! Sieh aus cheated! Wo hast du denn... Kam auf Holz geschlopft? Hä, ich habe doch schon einmal Holz geholt! Also das ist... Ja, aber du hast noch keine Werkbank gebaut. Oder hast Inventar noch nicht geöffnet gehabt vorher? Ach so! Aha, so ist das also. Braucht wir schon Redstone? Immer, immer. Ich mach gerne Redstone-Zeug. Ich bin einfach mein Lick am finden. Warum bietest du es dann an? Wie lange macht ihr... Leute? Red... Ja? Wie lange macht ihr euren ersten Part so? Ich mach gleich Schluss. Weiß ich nicht, das schneide ich später zusammen. Opfer. Ist so. Ah! So, ich mach jetzt hier Schluss. Mitten in der Wand. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Florian. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. T